Hi und herzlich willkommen heute mal zur Beantwortung der Frage, ob sich Minimalismus und Armut eigentlich ausschließt, obwohl sie offensichtlich oder augenscheinlich nach außen hin sich wunderbar ergänzen müssten. Denn arme Leute haben kein Geld, können sich also keine Sachen kaufen, Minimalisten kaufen sich freiwillig keine Sachen und so möchte man denken, dass sich das ergänzt. Und vielleicht kann das auch so sein, wenn man alleinstehend ist, zumindest war es bei mir immer so. Ich definiere mich eigentlich als Minimalist, ich möchte nur die Sachen haben, die ich auch wirklich brauche. Viele Sachen zu haben, finde ich belastend und die meiste Zeit meines Lebens war ich arm, die letzten drei Jahre habe ich auch noch zusätzlich ein Kind und das macht Minimalismus und Armut in Kombination irgendwie schwerer, denn das Kind will ja optimal versorgt sein. Zurück zu mir früher, ich hatte nie Geld, ich habe nicht viel gekauft, ich hatte nie große Freude daran, im Konsumrausch aufzugehen, ich war nie jemand, der shoppt, der große Leidenschaft an Klamotten, Schuhen, Schmuck, Handtaschen oder sonst was hatte. Daher passte Minimalismus früher ohne Kind eigentlich gut in mein Leben und es ergänzte sich ganz gut. Ich habe viele Sachen schon verkauft, bin überschüssige Bücher losgeworden, habe keine riesen CD-Sammlung mehr und solche Sachen. Ja, und das passte dann auch wunderbar so in meine Wohnung und ich habe auch gerne auf wenig Raum und ich habe auch gerne weniger Sachen, denn je weniger man hat, desto weniger muss man putzen und instand halten und pflegen und desto weniger kann kaputt gehen. Und so macht das alles in allem das Leben leichter, wenig Sachen zu haben. So, und mit Kind und gleichzeitiger Armut wird das Ganze irgendwie schwerer, weil man von vielen anderen Eltern viele Sachen geschenkt bekommt. Oder ich immer mal wieder Sachen auf der Straße finde, die vielleicht für Kinder sind, die älter sind, als mein Kind jetzt ist. Und da fängt das Problem dann an, loszugehen. Ich habe Klamotten im Keller für Kinder bis etwa acht Jahre, denke ich. Hauptsächlich Mädchenklamotten für Kinder bis acht Jahre. Und da bin ich auch super dankbar für, denn ich spare unglaublich viel Geld. Ich habe für Lilly, ich glaube nur die allererste Babyausstattung, bei Vinted gebraucht gekauft, aber noch original verpackt. Und darüber hinaus immer nur gebrauchte Sachen außer Schuhe gehabt. Ich habe aber unendlich Klamotten und ich weiß auch gar nicht, wo sich sie alle hin tun soll. Und bei mir weiß ich, was ich anziehe und anziehen möchte. Bei Lilly weiß ich es nicht. Also habe ich alles in Rotation. Alles, was irgendwie jetzt gerade passt und zur Jahreszeit passt, rotiert, sodass sie sich aussuchen kann, was sie anziehen möchte. Und das erfordert, dass ich mehr Kram habe. Dasselbe gilt für Spiele und Bücher und alles, was Kinder so brauchen. Sondern Eltern werden das alle sehr gerne los, besonders Eltern in Großstädten, Eltern, die nicht viel Lagerungsraum haben und auch Eltern, die sich darum kümmern können. Oder auch Minimalisten-Eltern. Und dann habe ich es. Und ich stopfe da meine Schränke voll mit Spielen, die für Kinder ab fünf sind und solche Sachen. Und vielleicht, um mal zu definieren, was Minimalismus überhaupt ist, möchte ich Joshua Becker ranziehen, der zum einen ein Buch über Minimalismus geschrieben hat, aber auch ein Buch über Minimalismus mit Kindern, was ich gekauft habe, als Lilly gerade auf der Welt war und damals auch gelesen habe. Der definiert Minimalismus wie folgt, es ist die bewusste Entscheidung, nur mit den Dingen zu leben, die man auch wirklich braucht. Und das würde ich wahnsinnig gerne, das kann ich aber nicht, wenn ich so arbeite. Wenn ich einfach die Sachen, wenn ich sie gerade irgendwo günstig oder gerade noch, nein, wenn ich sie nicht günstig, nein, wenn ich sie geschenkt irgendwo bekomme, dann nehme ich sie. Ich freue mich auch mega in dem Moment. Aber irgendwann überfüllt meine Wohnung. Es war dasselbe mit den Essensgeschenken, die ich von einigen von euch bekommen habe. Ich habe mich so mega gefreut, das ist so geil, das ist so geil, so eine Verpackung aufzumachen und da sind dann diverse Essenssachen drin, Leckereien, die ich mir sonst nicht leisten würde und solche Sachen. Aber ich stelle dann meine Küche voll und es platzt alles aus allen Nähten. Und das ist der nächste Punkt mit der Armut. Arme Leute leben in der Regel auf geringerem Raum, so ja auch ich. Auch jetzt gerade noch, tatsächlich aus finanziellen Gründen, weil ich derzeit nicht das Geld habe, das Doppelte an Miete auszugeben für eine Wohnung mit mehr Raum. Also auch dann mit einem eigenen Zimmer für Lilly. Und wenn man alle Sachen, die ich jetzt habe, vielleicht auf eine 3- oder 4-Zimmerwohnung verteilen würde, dann wäre ich ziemlich definitiv Minimalist. Aber mit engem Wohnraum ist das einfach nicht so. Weil ich nicht weiß, wo ich es hinstecken soll. Und deswegen bin ich alles in allem halt auch ein Fan von Minimalismus, weil es zwingt Sachen auszumisten und auszusortieren. Aber diese Sachen, die ich vielleicht später noch brauche, kann ich nicht aussortieren. Und diese Sachen, die ich vielleicht später noch brauche und angenommen habe, weil ich kein Geld habe, die würden reiche Leute Minimalisten nicht annehmen. Die würden sich nach Bedarf das kaufen, was das Kind gerade braucht und das, was das Kind dann nicht mehr braucht, verschenken. Leute wie mich. So und dann wäre ihre Wohnung wieder ordentlich und entrümpelt und so und so. Aber genau das mache ich eben nicht. Wobei auch ich dann die Sachen wieder verschenke, wenn Lilly sie nicht braucht. Aber vielleicht braucht sie ja manche Sachen irgendwann noch und das weiß ich aber nicht, ob sie sie braucht. So und in der Minimalismus-Szene kommt, hört man dann oft den Begriff oder im Englischen dann auf jeden Fall, Storage is not the solution. Ikea hat wunderbare Aufbewahrungs- und Sortier- und sonst was Möglichkeiten und Methoden und die sind alle ganz großartig. Und ich habe auch gerade sowas gekauft. Habe ich es euch gezeigt? Das. Fantastisch. Ein Kalax. Da sind jetzt die Legosteine drin und eine von den Schubladen ist noch frei. Dadurch sieht alles schon sehr viel ordentlicher aus und auch minimalistischer. Aber Möbel kosten Geld. Und weil ich kein Geld habe. kaufe ich keine Möbel. Nicht nur deswegen, aber es gibt zwei Gründe, warum ich versuche, keine Möbel zu kaufen. Erstens, weil ich kein Geld habe. Zweitens, weil wenn ich umziehe, in der Regel meine Freunde nicht helfen. Mittlerweile wohne ich ja schon ziemlich lange hier und hatte nicht das Bedürfnis, umzutreten oder musste nicht. Beim letzten Mal, als ich umgezogen bin, hat meine Familie geholfen. Also mein Vater, meine Schwester und mein Schwager. Und die Male davor habe ich alles irgendwie alleine rüber geschafft, was ging oder mein Vater hat mir geholfen. Aber es ist einfach schon wahnsinnig oft passiert, dass bei einem Umzug Freunde, denen ich beim Umzug ziehen geholfen habe, mit allen möglichen Ausreden ankamen, warum sie mir an einem Umzugstag nicht helfen konnten. Und ich wollte nicht abhängig sein von anderen Leuten. Ich wollte möglichst alle Sachen selber tragen können, weil ich arm bin und kein Umzugsunternehmen engagieren kann. Ich hoffe, bei unserem Umzug in zweieinhalb Jahren kann mir da auch jemand unter die Arme greifen, den ich bezahle oder so. Gleichzeitig finde ich an Ikea und besonders an diesem Ding wieder großartig, dass es super leicht ist. Ich habe das mit Lilly schlafend auf dem Bett hier reingetragen. War total easy, überhaupt kein Problem. Großartig, Ikea großartig. Aber Ikea will auch ein bisschen Geld dafür haben. Ja, und so ist dann bei armen Leuten überall alles voll und es sieht unordentlich aus. Und wenn ich jetzt ein Foto hier von meiner Wohnung machen würde und sagen würde, ich definiere mich als Minimalist, würden alle sagen hier. Wenn ich in jeder Ecke aber so ein Kallax-Regal hätte und alles da reinschmeißen würde, dann vielleicht schon. Naja, Joshua Becker hat ein Buch darüber geschrieben, Minimalismus mit Kindern. Und da habe ich natürlich auch schon ein paar Sachen rausgezogen. Und ich gebe auch die Sachen, mit denen Lilly nicht spielt oder die sie nicht mehr braucht, wo sie rausgewachsen ist, die gebe ich ja auch weiter in der Regel auch einfach in den Geben- und Nebenschrank, weil auch ich das dann nicht mehr verkaufe. Jetzt gerade weiß ich aber nicht, womit sie nicht spielt. Sie spielt mit allem, sie hat haufenweise, sie spielt vor allem gerne mit Figürchen, sie spielt mit Ketten und sie spielt mit Legos und mit Knete. Und davon kann ich nichts weggeben. Ich kann gerade nichts von ihren Spielsachen weggeben, deswegen brauche ich mehr Raum. Naja, und das ist so ein bisschen das Problem. Achso, und dann, wenn man da noch arm ist, weil man alleinerziehend ist und nicht so viel arbeiten kann, fehlt einem auch die Zeit, das zu sortieren. Man kann die Sachen vielleicht auch irgendwie sortierter handhaben und hier zum Beispiel Lelys Klamotten. Die muss ich auch dringend nochmal alle rausräumen, zusammenlegen und ordentlich da reinlegen, da sieht es vielleicht auch besser aus. Aber ich finde die Zeit nicht. Die hat vielleicht jemand, der Hartz IV oder wie heißt das jetzt, Bürgergeldempfänger ist, der hat vielleicht mehr Zeit, seine Wohnung zu sortieren und alles, was er irgendwo geschenkt kriegt oder findet, dann ordentlich einzuräumen. Und deswegen ist das Projekt Minimalismus irgendwie gerade auf Eis gelegt, weil ich hier an mehrere Grenzen stoße, von denen ich nicht weiß, wie ich sie bewältigen soll. Tendenziell denke ich, ich sollte vielleicht doch dahin gehen, mir die ein oder anderen Möbel zu kaufen, damit ich Sachen einfach da reinstopfen kann und es hier ordentlicher aussieht. Denn ich fühle mich natürlich auch wohler, wenn es ordentlicher aussieht. Überlege, ob ich dafür Töpfe aufmachen sollte, also Fonds in meinem Budget oder so. Also Ikea kostet ja nicht die Welt halt so, aber ich habe mir diesen Calax jetzt zum Beispiel auch liefern lassen und die Liefergebühren habe ich dann in Kauf genommen, weil ich einfach nicht die Zeit habe, irgendwie drei Stunden zu Ikea zu fahren. Geschweige denn mir noch vielleicht einen Mietwagen oder sowas zu holen, um den transportieren zu können. Öffentliche Verkehrsmittel gehen auch, aber ich brauche eine Stunde hin und eine Stunde zurück und dafür habe ich jetzt gerade zumindest nicht die Zeit, vielleicht wenn der Kindergarten losgeht. Und da bin ich wieder beim Thema, ich freue mich, dass der Kindergarten losgeht, weil dann alles hier weiter entzerrt ist. Lasst mich mal eure Erfahrungen wissen unten drunter, ob ihr versucht Minimalisten zu sein oder ob das mit Kindern gelingt oder ob das Arm gelingt. Ja, und dann können wir uns vielleicht darüber austauschen und uns gegenseitig Tipps geben. Das war es für heute, denke ich. Wenn du wissen willst, was ich eingekauft habe letzte Woche und wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, dann schau dir noch dieses Video an. Es war sehr wenig, es waren keine 30 Euro für Lilly und mich in meiner Woche und wir sehen uns dann wieder am Donnerstag. Ich sage tschau, macht's gut, bis Donnerstag, eure Silke.